Guten Morgen Internet! Es ist Samstag, das heißt, es ist Zeit für Flashback. Die Highlights der ganzen Woche werden hier zusammengeschnitten. Unter anderem war auch Kostas dabei. Und ich würde sagen, wir gucken da einfach mal rein. Komm mal alle ein bisschen zusammen. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Also, der Boden ist lava. Ihr habt fünf Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh mein Gott, was? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wir gehen schnell hier weg. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke. Aber in Spanien heißt das Wichser. Und deshalb kann man es natürlich nicht auf dem spanischen Markt verkaufen. Das Wichser-Auto. Pacero heißt. Pacero. Pacero. Also, pass auf. Ich bräuchte von dir, dass du deine zwei Finger so aussprichst. Und dann kreuzt du den Mittelfinger über den Zeigefinger. Und dann drehst du die wieder zu dir. Das geht nicht. Doch. Ach. Habt ihr denn irgendeine Ghosting, Haunting oder Zombie-ing? Was ist das denn überhaupt? Ich kenn das gar nicht. Ich hab das heute alles erst erfahren. Also, du hast alles davon sicher schon einmal getan. Ja, das auf jeden Fall. Anscheinend. So wie ich das jetzt mitbekommen habe. Anscheinend. Und bis fünf geht das insgesamt. Und es sind nur noch 18 Sekunden. Und jetzt kommt. Nochmal. Was ist das denn? Wie kommst du denn auf meiner Seite an dieses scheiß Netz ran? Guck mal, da siehst du es. Ist ja gar nicht gefähr. Mach mit beiden. Mach einfach mal. Ich bin für eine Revanche. Und dann darfst du mit beiden. Dann bist du stressig. Außerdem geben wir den Leuten ja immer eine Hausaufgabe über die Woche. Und die lautete, zeigt uns die lustigsten Produktnamen, die ihr finden könntet. In Fotoform, in sonst was für einer Form. Und die gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Danke für alle Einsendungen. Wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, könnt ihr euch die ganze Playlist von allen Videos von dieser Woche reinziehen. Checkt nochmal Kostas ab auf jeden Fall. Und dann abonniert, damit wir uns auf jeden Fall rechtzeitig, wenn die Folgen frisch rauskommen, auch mal sehen. Und nicht nur beim Flashback. Das wäre aber was Schönes. Tschüss.